Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass wir Sie an diesem schönen Hochsommer-Spätsommertag begrüßen dürfen, dass Sie das mit uns verbringen wollen, einen großen Teil des Tages, umso mehr, als wir offensichtlich den wirklich begehrtesten Veranstaltungstag des Jahres erwischt haben. Also alle glauben, heute ist ein guter Tag, um nach dem Sommer wieder loszulegen. Es findet ganz viel statt, aber das erinnert mich an den Spruch, den man ja immer sagen sollte, wir stehen nicht im Stau, sondern wir sind der Stau. Also das gilt auch für uns, wir haben genau so diesen Tag ausgesucht. Mein Name ist Hermann Kuhn, ich darf Sie heute sehr herzlich begrüßen, nicht nur für die Deutsche Israelische Gesellschaft in Bremen-Unterweser, sondern auch als Mitglied des Präsidiums der Bundes-DEG, des Bundesverbandes. Denn die heutige Veranstaltung ist Teil eines Projektes der Bundes-DEG zum 75. Geburtstag des Staates Israel. Dieses Projekt wird in verschiedenen regionalen Veranstaltungen durchgeführt, die alle unterschiedlichen Aspekte der Vergangenheit und vor allen Dingen natürlich der Gegenwart Israels behandeln. Und das immer auch möglichst im Verhältnis zu uns. Also was bedeutet das für uns, wie stehen wir dazu? Dieses Projekt wird dankenswerterweise vom Auswärtigen Amt großzügig unterstützt, finanziell. Und dafür möchten wir uns auch an dieser Stelle bedanken und danken natürlich auch an den Gastgeber hier, das Haus der Wissenschaft. Die deutsche Sprache ist ja manchmal so ein bisschen doppelbödig oder doppeldeutig. Wenn wir sagen, das kann man nicht vergleichen, dann meinen wir eigentlich, wir haben es verglichen und wir haben festgestellt, es ist nicht gleich. In diesem Sinne stellen wir uns die Aufgabe heute auch vor. Wir wollen schauen, vergleichend auch schauen, wie Diversität der Gesellschaft in Israel und in Deutschland aussieht. Die Vielfalt von Religionen, von sozialen, von kulturellen Milieus und wie, das wird dann der zweite Teil sein, wie die Gesellschaften und der Staat hier wie dort damit umgehen und was sie im besten Falle tun, um jegliche Diskriminierung wegen verschiedenster, unterschiedlichster Unterschiede zu verringern und wenn möglich sogar zu vermeiden. Also wir wollen auch voneinander lernen. Ich nehme an, ich bin sicher, dass der Fokus dabei auch vor allen Dingen auf dem Geburtstagskind liegen wird, auf Israel. Und das vor allen Dingen auch deswegen, weil die zweite Frage, die wir formuliert haben, nämlich wie die Einheit waren, also nicht nur wie die Verschiedenheit respektieren, sondern wie die Einheit trotzdem waren, dort gegenwärtig von sehr vielen pessimistisch, sehr pessimistisch beantwortet wird. Es ist da oft von Zerreißprobe, die Rede von tiefer und unüberbrückbarer Spaltung, von der Auflösung des Gesellschaftsvertrages zwischen Staat und den Teilen der Gesellschaft, vom Zerbrechen des elementaren Bürgerkonsenses. Und da ist dann noch meistens noch gar nicht über die arabische Bevölkerung gesprochen. Und natürlich diskutieren wir heute auch unter dem Eindruck der dramatischen Auseinandersetzung um das Demokratieverständnis in Israel. Sie kennen den Ablauf des Tages aus der Einladung, auch unsere Gäste, die ich jetzt auch sehr herzlich begrüßen möchte. An dieser Stelle muss ich allerdings eine schmerzliche Einschränkung machen. Frau Hestermann, Frau Jenny Hestermann, die aus Tel Aviv zu uns kommen wollte, musste kurzfristig wegen Krankheit absagen. Wir wollen versuchen, ihren Part wenigstens etwas in der Diskussion mit unserem ersten Gast, Professor Becke, auszufüllen. Diesen Teil werde ich dann moderieren. Und nach dem Mittagsimbiss von Ronny Levy, das ist Hamidbach in der Moltke-Straße, schon mal ein erster kleiner Werbeblock, übernimmt es dann Dr. Wittekind durch das Gespräch mit Frau Mirjam Awad aus Israel, Haifa, und Dr. Henrike Müller aus Bremen zu führen. Nochmal einfach der Hinweis zwischendurch, wenn Sie noch einen Kaffee haben möchten oder Wasser, und wenn es sich allzu sehr stört, bedienen Sie sich draußen. Jetzt aber zum Auftakt, Prof. Dr. Johannes Becke. Prof. Becke ist Professor für Israel und Nahoststudien an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Seine Forschungsprojekte und Publikationen umfassen den Bereich der vergleichenden Politikwissenschaft Israels und des Nahen Ostens. Und die Schwerpunkte seiner Forschung sind zu Nationalismus, Staatsentstehung und den arabisch-israelischen Beziehungen. Also das passt perfekt. Herr Prof. Becke, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie werden das vielleicht gleich selber sagen, weil man es vielleicht hört. Er ist richtig auch erkältet. Desto größer der Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen in Bremen. Sie haben das Wort. Bitteschön. Vielen Dank. Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hören mich. Wenn Sie mich nicht hören sollten, wäre das der Moment, mir das irgendwie zu signalisieren. Das klappt. Super. Vielen Dank für die Einladung erst mal. Wir fangen an mit dem klassischen Vortrag, Minderheiten in Israel und dann kommt der Block, wo ich ein bisschen über die Frage der Vergleichbarkeit sprechen möchte und auch die Frage, was könnten denn diese beiden doch sehr unterschiedlichen Gesellschaften vielleicht voneinander lernen? Also was läuft denn tatsächlich gut in Israel? Was könnte Deutschland vielleicht übernehmen? Und auch umgekehrt. Also wie sieht es in Deutschland aus? Was könnte Israel davon lernen? Wir fangen erst mal an mit ein paar Bildern als Einstieg. Sie haben schon gesehen, das Thema ist jetzt nicht Vielfalt. Das wäre sozusagen die klassische angelsächsische, amerikanische Idee von Diversity, von Diversität. Ich würde behaupten, dass der Blick in Israel eher geprägt ist von der Frage Mehrheit und Minderheit. Da unterscheidet sich Israel nicht sehr stark von seinen Nachbarn. Auch dazu werden wir gleich noch kommen. Es gibt natürlich gesellschaftliche Teile, die so ein multikulturelles Ideal haben, wo vielleicht es stärker um jüdisch-arabische Koexistenz geht. Aber der Blick ist erst mal sehr stark geprägt von wer ist die Mehrheit, welche Privilegien hat die Mehrheit, welche staatsbürgerschaftlichen Rechte hat die Minderheit. Wir schauen uns mal die Bilder an und damit Sie schon mal ein paar Facetten mitbekommen, wie genau also einerseits Konflikt und andererseits Normalisierung aussehen könnten. Ein ganz besonders seltenes Beispiel von Normalisierung sehen wir links oben, also einen relativ seltenen Fall einer jüdisch-arabischen Ehe. Wer schon mal in Israel vielleicht war, könnte festgestellt haben, dass wie in den meisten Staaten des Nahen Ostens das Familienrecht in Israel auf religiösem Recht beruht. Also auf der Halacha, für die jüdischen Israelis, auf der Sharia, für die Muslime und für die Katholiken gilt dann das kanonische Kirchenrecht. Das heißt, eigentlich sind solche Ehen zwischen den verschiedenen Säulen der Gesellschaft im Religionsrecht gar nicht vorgesehen. Es gibt sie aber trotzdem. Entweder der eine Ehepartner konvertiert, das gibt es, oder man reist ins Ausland, heiratet dort, kehrt zurück. Das wäre so ein klassisches Muster von interkonfessionellen Ehen. Denn die gibt es einerseits in Israel, die gibt es auch im Libanon. Also auch Libanesinnen und Libanesen reisen nach Zypern, heiraten dort, gehen zurück in den Libanon. Also, das gibt es. Es ist selten, es ist ein Stück weit tabuisiert, aber es gibt es. Rechts oben haben wir ein Beispiel für die soziale Teilintegration von Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden. In diesem Fall geht es um Drusen, also eine ethno-religiöse Sondergruppe im Nahen Osten, die im Gegensatz zu den meisten Nicht-Juden tatsächlich eingezogen wird in die israelische Armee. Und über den Anlass dieser Demonstration, nämlich das Nationalstaatsgesetz, werden wir gleich noch was lernen. Was Sie hier sehen, ist im Grunde eine Mobilisierung der drusischen Minderheit mit dem Slogan Achim lo Mahfkirem, also seine Brüder lässt man nicht zurück, die sagen, wir dienen in der Armee und zahlen, seit wir in der Armee dienen, auch einen enormen Blutzoll dafür. Und plötzlich wird unsere eigene Muttersprache, nämlich das Arabische, herabgestuft. Und es ist eben nicht mehr eine Nationalsprache des Staates, sondern nur noch eine Sprache mit einem besonderen Status. Wie es im Nationalstaatsgesetz heißt, niemand weiß, was das heißt. Aber ich glaube, so 2018 mit diesem Nationalstaatsgesetz begann ein Prozess, dessen schwierigen Höhepunkt wir in diesen Tagen leider erleben. Links unten kommen wir langsam zu den Konflikten. Vielleicht war der eine oder die andere schon mal in Jerusalem. In diesem Fall ist es völkerrechtlich gesehen Ost-Jerusalem. Also Anqidu Hay-e-Shech-Sharah, also rettet, fast schon erlöst, das Stadtviertel Shech-Sharah, nördlich der Altstadt. Und das ist ein klassischer Ort von Judaisierung. Sie kennen ja vielleicht alle die Siedlungen in den besetzten Gebieten. Die sind klar zu erkennen. Sie haben rote Dächer. Man sieht genau, wo ist Area A, wo sozusagen der Staat Israel solche Exklaven aufgebaut hat und wo ist Area C. Das sind dann eher die palästinensischen Enklaven. Aber den Versuch, den jüdischen Bevölkerungsanteil zu erhöhen, den gibt es eben nicht nur in den besetzten Gebieten, sondern gibt es eben auch in Jerusalem, das der Staat Israel annektiert hat. Ost-Jerusalem wird sozusagen vom Staat Israel behandelt, als wäre es Teil des Staates Israel. Sorgt aber trotzdem dafür, dass innerhalb der ost-Jerusalemer arabischen Stadtviertel solche kleinen jüdischen Siedlungskerne entstehen. Und Shech-Sharah wäre ein schönes Beispiel dafür. Und das führt, das dürfte, glaube ich, niemand überraschen, regelmäßig zu Konflikten. Rechts unten sehen Sie ein besonders dramatisches Beispiel für die Art und Weise, wie jüdisch-arabische Konflikte aussehen können. Das sind eben nicht nur relativ friedliche Demonstrationen, wie links unten, sondern das waren während des letzten Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen tatsächlich im Grunde bürgerkriegsähnliche Szenen. Also vor allem in den jüdisch-arabischen Städten, in den sogenannten gemischten Städten, mit gegenseitigen Angriffen, mit Verletzten, mit Toten, mit Häusern, die sich gegenseitig angezündet haben. Also für ein, zwei Wochen sah das aus wie so die Vorstufe eines Bürgerkrieges. Ich bemühe mich, beides anzusprechen in diesem Vortrag, aber Sie haben vielleicht schon mal einen Einblick bekommen, wie das im Guten aussehen kann und wie es im Schlechten leider aussehen kann. Das ist die thematische Übersicht, um das soll es alles gehen. Um Israel nicht so als einen ganz besonders außergewöhnlichen Staat zu behandeln, möchte ich mit Ihnen erstmal ein bisschen rauszoomen und darüber sprechen, was heißt denn eigentlich der Begriff Minderheit, seit wann verwenden wir den Begriff Minderheit und wie ist das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit in vielen anderen Gesellschaften und Staaten des Nahen Ostens. Und ich würde behaupten, Israel passt da eigentlich ganz gut rein. Dann kommen wir zum Thema Mehrheit und Minderheit in Israel. Sie sehen schon, wenn ich hier über Unterschiede oder über Vielfalt spreche, geht es mir vor allem um die Konfliktlinie Juden und Nichtjuden. Also man könnte auch für den jüdischen Bevölkerungsanteil in Israel über Vielfalt sprechen, wie die Ashkenazim, die Diaspora aus Europa, die Mizrachim, die eher nahöstlichen Einwanderer, über die sogenannten Rossem, also die post-sowjetischen Juden. Wir wollen uns hier fokussieren auf die Frage Juden, Nichtjuden, aber die Kategorie der Nichtjuden ist in sich selbst sehr vielfältig, wie wir gleich noch sehen werden. Wir schauen uns an jüdisch-arabische Konflikte. Also was genau sind denn eigentlich die Konfliktlinien oder die Konfliktthemen? Sie werden sehen, es geht hier um den Staat Israel, also es geht nicht um die besetzten Gebiete, aber gerade bei der jetzigen Regierung merkt man natürlich, dass vieles von dem, was der Staat Israel in den besetzten Gebieten macht, 1867 inzwischen auch langsam rübersickert in das israelische Kernland. Damit es nicht so pessimistisch wird, gibt es auch noch den Block jüdisch-arabische Normalisierung in Israel. Das habe ich jetzt mal nicht Koexistenz genannt, aber Normalisierung. Also was gibt es denn für Prozesse des Lernens über die jeweils andere Gesellschaftshälfte, auch des Lernens der jeweils anderen Sprache. Ich möchte mit Ihnen diskutieren, so ein paar Lösungsansätze, das ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ, das sind Dinge, die die israelische Zivilgesellschaft zum Teil schon anwendet oder Dinge, die gefordert werden. Ich möchte ein bisschen ein paar Zukunftsperspektiven eröffnen, also wie könnte das denn aussehen, was könnten denn Szenarien sein in den nächsten Jahren und zum Schluss, weil wir ja das Thema haben, auch der deutsch-israelischen Beziehungen voneinander lernen. Also, was läuft gut in Israel, was läuft gut in Deutschland, was können wir voneinander lernen, was können wir auch vielleicht nicht voneinander lernen. Wir fangen mal an mit dem Begriff der Minderheit im Nahen Osten und Nordafrika. Das ist eigentlich ein relativ moderner Begriff. Also der klassische Nahe Osten, also das Osmanische Reich, da gibt es über lange Zeit bis zu 40% Christen, als das Osmanische Reich noch den Balkan beherrscht zum Beispiel, aber die Hierarchisierung innerhalb der Gesellschaft ist nicht anhand der Frage, wer ist Mehrheit und wer ist Minderheit, sondern eher, wer hat Zugang zu politischer und ökonomischer Macht und diese Hierarchisierung läuft zum Teil über die Nähe zum politischen Zentrum und zum Teil über religiöse oder ethno-religiöse Zugehörigkeit. Die Idee, dass es Minderheiten gibt, also kleine Gruppen, die besonders schützenswert sind und deren Rechte man sich besonders kümmern muss, wird politisch in der Region erst relevant mit der Zunahme des westlichen Einflusses. Also über lange Zeit wäre das Osmanische Reich so organisiert gewesen, dass die Nicht-Muslime, die Ahlal-Zimmer, die Schutzbefohlenen, also die Christen und die Juden, religiöse Autonomie besitzen, beispielsweise in Fragen des Familienrechts, dem Bau von religiösen Gebäuden. Aber die Idee, dass es sich hier um Minderheiten handelt, also zahlenmäßig kleine Gruppen mit politischen Sonderrechten und Privilegien, wird erst politisch relevant durch den westlichen Einfluss. Also auch in dem Moment, als der europäische Imperialismus beginnt, zu schauen, was gibt es denn für Minderheiten im Nahen Osten und wie könnten die für uns politisch relevant werden. Und das katholische Frankreich beginnt sich dann besonders für die Katholiken zu interessieren, also auch für die Maroniten. Russland interessiert sich plötzlich sehr für die Orthodoxie und die jüdische Minderheit hat verschiedene Patrone, die sich manchmal für die jüdische Minderheit einsetzen und manchmal eben auch nicht. Der klassische Nahen Osten und Nordafrika ist ein ethnisch, religiös, sprachlich sehr, sehr vielfältiger Raum im Osmanischen Reich. Wenn Sie beispielsweise sich das Osmanische Istanbul angeschaut hätten, hätten Sie festgestellt, es gibt eine riesige griechische Minderheit, es gibt eine riesige jüdische Minderheit, überall sind Armenier. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das heißt, im Grunde schon seit Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt der Prozess einer ethnisch-kulturellen Homogenisierung durch Nationalismen und durch die Gründung von Nationalstaaten. Das heißt, das Osmanische Reich zieht sich aus dem Balkan zurück, der christliche Anteil im Osmanischen Reich geht zurück. Es kommt zum sogenannten Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei 1923, eigentlich eine ethnische Säuberung in beide Richtungen. Also wer immer irgendwie, und zwar nicht unbedingt nach nationaler oder sprachlicher Zugehörigkeit, sondern nach religiöser Zugehörigkeit. Also wer orthodox ist, wird nach Griechenland vertrieben und wer muslimisch ist, wird zurück in die Türkei vertrieben. Zurück natürlich in Anführungszeichen. Und das zieht sich eigentlich durch. Also überall dort, wo Nationalstaaten gegründet werden. Und das ist die erste Welle im späten 19. Jahrhundert, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Staat Israel beispielsweise. Es gibt verschiedene Optionen, wie man einen Nationalstaat homogen machen kann. Das kann durch Völkermord stattfinden. Das wäre sozusagen im Osmanischen Reich, Armenier und Aramäer. Das kann durch die Remigration europäischer Siedler stattfinden. Das wäre beispielsweise in Algerien und Marokko so. Also ungefähr diese eine Million von Pieds-Noirs, die mehr oder weniger französisch, manchmal italienisch sprachig war und im algerischen Norden als europäische Siedler saßen, die verlassen Algerien, als Algerien Nationalstaat wird. Das kann passieren durch Flucht und Vertreibung. Das wäre das, was Palästinenser als die Nakba bezeichnen. Also Flucht und Vertreibung. Ungefähr 800.000 Palästinenser werden vertrieben oder flüchten aus dem, was wir heute in der Stadt Israel nennen würden, gefolgt von der Flucht der nahöstlichen Juden. Also wenn Sie sich heute Marokko anschauen, wo es vielleicht noch 2.000 Juden gibt, das waren mal 250.000 Juden. Im Irak gab es eine riesige jüdische Minderheit. In Ägypten, in Libyen, also überall im Nahen Osten, wo sie sich bewegen, gab es früher mal blühende jüdische Gemeinden. Diese Gemeinden flüchten zum Teil, werden vom Staat Israel angeworben oder werden aktiv vertrieben. Das heißt, hier entstehen homogene Nationalstaaten. Der Staat Israel hat plötzlich die jüdische Mehrheit und die ganzen jüdischen Minderheiten um die Stadt Israel herum werden irgendwann vertrieben. Die beginnenden Nationalstaaten beginnen meist einen Prozess von entweder der Leugnung von Minderheiten. Also in der Republik Türkei tut man so, als gäbe es keine kurdische Minderheit. Die Kurden ungefähr 20, 30 Prozent. Man tut so, als gäbe es die kurdische Sprache nicht, als wären das eigentlich Bergtürken und als könne man durch Leugnung sie irgendwann assimilieren. Also wenn erstmal der ganze öffentliche Raum türkischsprachig ist und wenn das Parlament türkisch spricht und die Armee spricht türkisch und die kurdische Sprache wird verfolgt und unterdrückt, irgendwann vergessen Leute, das war immer die Hoffnung, dass sie Kurden sind und werden irgendwann zu Türken nach ein, zwei Generationen. Zum Teil hat es geklappt, zum Teil, wie wir in der PKK sehen, hat es eben nicht geklappt. Und letztlich Auswanderung. Also wenn wir uns den heutigen Nahen Osten anschauen, werden wir feststellen, große christliche Minderheiten, und Sie sehen schon, ich spreche jetzt über Minderheiten, verschwinden langsam. Das ist noch nicht der Fall bei den Kopten in Ägypten beispielsweise, aber wenn Sie sich klassische Bürgerkriegsländer anschauen, also Syrien oder Irak, ist ein Großteil der christlichen Minderheiten, hat sich bereits verabschiedet. Und auch wenn Sie sich die palästinensischen Gebiete anschauen, also die klassischen christlichen Städte und Dörfer, also Bethlehem beispielsweise, haben inzwischen keine christliche Mehrheit mehr. Die sind sozusagen zwischen, kriegen von beiden Seiten Druck, einerseits die israelische Besatzung, und andererseits natürlich eine palästinensische Gesellschaft, die immer religiöser wird, und wo viele palästinensische Christen, die für die PLO eigentlich immer sehr wichtig waren, irgendwann sich fragen, habe ich hier noch einen Platz? Und dann hat man vielleicht bereits einen Cousin oder eine Tante, die sitzen schon in Australien oder in den USA oder in Kanada oder in Deutschland, und dann überlegt man sich, wie lange möchte ich mir das eigentlich noch antun. Also, wir sehen eine Tendenz zur Homogenisierung. Gleichzeitig, wenn wir uns jetzt mal die Machtbeziehungen anschauen, zwischen Mehrheit und Minderheit im Nahen Osten und Nordafrika, können wir feststellen, da gibt es sehr verschiedene Muster. Für all diejenigen, die jetzt Fotos machen von den Folien, Sie können mir auch einfach eine E-Mail schicken, und Sie kriegen das als PDF, was vielleicht praktischer ist und auch leichter lesbar am Ende, aber das ist Ihnen überlassen. Wir fangen mal an mit Herrschaft durch die Minderheit. Das klingt jetzt für uns Europäer irgendwie erstmal paradox, man würde sagen, naja, soll auch die Mehrheit irgendwie entscheiden. Aber das gibt es. Also beispielsweise in den klassischen baafistischen Staaten, ob das jetzt Syrien ist, wo die Alawiten, auch wieder so eine heterodoxe Sondergruppe, es geschafft hat, gleichzeitig die Baaf-Partei und das Militär zu dominieren, haben wir eigentlich, seit die Alawiten sich an die Macht geputscht haben, so in den 60ern, 70ern, die Herrschaft einer Minderheit. Dasselbe gilt, galt lange Zeit für den Irak. Also der Irak hat sehr klar eine sunnitische Minderheit, die Mehrheitsbevölkerung sind entweder schiitisch oder kurdisch, aber es ist einem kleinen Teil dieser sunnitischen Minderheit erneut durch die Kontrolle des Militärs und der Partei gelungen, unter Saddam Hussein lange Zeit den Irak zu beherrschen. Zum Teil gilt das auch für Jordanien. Also wenn wir uns Jordanien ehrlich anschauen, könnten wir feststellen, es gibt eigentlich eine palästinensische Bevölkerungsmehrheit, also Palästinenser, geflüchtet oder vertrieben, die von Jordanien nationalisiert worden sind, die also einen jordanischen Pass inzwischen haben, die nicht aufsteigen können in die höheren Ränge der Politik, der Wirtschaft und des Militärs, aber sozusagen die Eastbank Jordaniens, die alteingesessenen, die tribalen Gemeinschaften, die sich mit der Monarchie verbündet haben, bilden demografisch gesehen schon lange die Minderheit in Jordanien und sind eben trotzdem an der Macht. Wir haben das Modell, das ist die zweite Kategorie, dass die Mehrheit der Bevölkerung, die sich also in einem bestimmten Territorium befindet, gar keine Staatsbürgerschaft hat. So sähe das beispielsweise aus in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Kuwait. Also in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind 88% derjenigen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben und arbeiten, überhaupt keine Staatsbürger. Das heißt, ungefähr 10% haben überhaupt nur einen emiratischen Pass. Besondere Wahlen gibt es da nicht, aber wer einen emiratischen Pass hat, hat natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang zu staatlichen und wirtschaftlichen Ressourcen. Wir haben einige Staaten, da würde ich sprechen von Pluralisierung oder zumindest einer wachsenden Anerkennung für ethnische Minderheiten. Das ist zum Teil in der Türkei der Fall, wo es eine Teilöffnung gab, vielleicht vor so 10 Jahren unter der AKP, wo man gesagt hat, ein paar kurdische Medien könnte es doch geben. Oder lassen Sie es doch mal zumindest die konservativen Kurden ansprechen, die vielleicht jetzt nicht Türken werden wollen, aber doch als Muslime sehen, dass es mit der AKP besser läuft als mit der PKK, mit der Sie ja eigentlich nichts anfangen können. Dasselbe gilt zum Teil für die sogenannte Berberfrage, also die Imasiren, wie sie eigentlich genannt werden wollen, also die indigene Bevölkerung im Maghreb, also in Marokko, in Algerien, in Tunesien. Ich war mit einem Forschungsteam vor kurzem in Marokko und im Grunde mit dem Arabischen Frühling gibt es eine Reihe von Verfassungsänderungen, sowohl in Marokko als auch in Algerien, wo plötzlich die Berbersprachen staatlich anerkannt werden. Die stehen plötzlich in der Verfassung drin, es gibt plötzlich ein staatliches Institut für die Förderung der Berberkultur, es beginnt die Berbersprache aufzutauchen im öffentlichen Raum, ohne dass jemand dieses neotifinare Alphabet tatsächlich lesen könnte, aber das spielt politisch eine Rolle und wird nicht mehr tabuisiert. Und ich würde behaupten, vielleicht bis vor der jetzigen Regierung gilt manches davon für den Staat Israel. Also ich würde behaupten, die letzte Regierung zumindest, wo zum ersten Mal eine arabische Partei prominent beteiligt war und in Teilen des Bildungssystems gibt es so etwas wie eine wachsende Anerkennung dafür, dass man sich mit der palästinensischen oder eben mit der arabisch-israelischen Minderheit im Staat Israel irgendwie arrangieren muss. Das gilt übrigens auch für die israelische Rechte. Also es gibt relativ groß angelegte Projekte dafür, wie man die Infrastruktur oder das Bildungssystem im arabischen Teil Israels verbessern könnte. Das sind nicht Ideen der arabischen Linken. Und natürlich, und das ist so das klassische Bild aus der Tagesschau, der Nahe Osten taucht eigentlich nur auf, wenn irgendjemand explodiert, ethno-territoriale Konflikte. Das ist dann eben nicht mehr normales staatliches Verhalten, also entweder sozusagen Unterdrückung oder teilweise Anerkennung, sondern das ist offene Kriegsführung. Beispiel dafür wäre Kurdistan. Fast in allen Regionen, in allen vier Regionen von Kurdistan, gibt es irgendeine Form der gewaltsamen Auseinandersetzung oder der Besatzung. Also die türkische Armee steht nicht nur tief im syrischen Kurdistan, sondern eben auch im irakischen Kurdistan. Das gilt für Zypern, was weiterhin aufgeteilt ist in zwei Teile. Das gilt für die Westsahara, die seit 1975 besetzt ist von Marokko. Und das gilt natürlich auch für die besetzten palästinensischen Gebiete. Also das Westjorderland und den Gazastreifen, die sich seit 1967 unter irgendeiner Form der israelischen Herrschaft oder Besatzung oder Besiedlung befinden. Das haben wir jetzt ein bisschen rausgesoomt und Sie sehen die Frage, wer ist die Mehrheit, wer ist die Minderheit, wer regiert, wer wird anerkannt, spielt noch in anderen Staaten und Gesellschaften des Nahen Ostens eine wichtige Rolle. Jetzt kommen wir mal zu Israel selbst. Wenn wir über Mehrheit und Minderheit sprechen in Israel, ist es erstmal wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie sieht eigentlich die weltweite jüdische Bevölkerungsstatistik aus? Also welcher Anteil der weltweiten jüdischen Bevölkerung wohnt tatsächlich in Israel? Sie sehen schon, das ist, wenn wir uns komplett anschauen, wo wohnen Jüdinnen und Juden, können wir feststellen, im Staat Israel selbst wohnt noch nicht mal die Hälfte des jüdischen Volkes, aber es gibt zwei große Gemeinschaften, das wird Sie nicht überraschen. Die größte in Israel, die zweitgrößte in den USA und dann kommt es ein bisschen unter ferner Liefen. Also die klassischen Einwandererländer wie Kanada, UK, Lateinamerika, Frankreich mit sinkender Tendenz, Deutschland vielleicht noch 100.000, aber eigentlich sind es die zwei großen Gemeinschaften, einmal eine große Diaspora und einmal ein großer ethnischer Nationalstaat. Wenn wir sagen jüdische Mehrheit im Staat Israel, können wir uns das mal historisch anschauen und wir stellen fest, also seit 1948, die einen würden sagen, seit der Staatsgründung, die anderen würden sagen, seit der Nakba, gibt es eine jüdische Mehrheit, zum Teil durch Einwanderung, zum Teil durch natürliche Geburten, zum Teil durch Flucht und Vertreibung. Wir fangen mal an mit den Aliot, also mit den Einwanderungswellen, 1882, da beginnt das so ungefähr, und Sie sehen schon, es gab immer eine jüdische Präsenz im Heiligen Land, näher als Israel. Das wird niemanden überraschen, Juden sind selbstverständlich eine der indigenen Gruppen im Land Israel-Palästina, überall im Heiligen Land gibt es jüdische Heiligtümer, jüdische Friedhöfe, und gerade in Jerusalem selbst gibt es vielleicht schon eine jüdische Mehrheit, so ab 1850 herum. Damals besteht Jerusalem nur aus der Altstadt, also es ist ein ganz, ganz anderes Jerusalem als heute. Dieser jüdische Bevölkerungsanteil wächst langsam mit den verschiedenen Einwanderungswellen, Sie sehen schon, das fängt an, etwas steiler zu werden, mit dem Beginn der Ballvorerklärung und des britischen Mandats. Das flacht etwas ab, als die Briten versuchen, jüdische Einwanderungen in das Land Israel-Palästina zu regulieren und einzuschränken und als Neueinwanderer illegal ins Land geholt werden müssen. Und das wird plötzlich eine sehr, sehr klare Mehrheit mit dem ersten arabisch-israelischen Krieg 1948. Ein jüdischer Staat entsteht, ein arabischer oder eben ein palästinensischer Staat entsteht nicht. Der Großteil der Palästinenser aus dem Staat Israel geht freiwillig oder wird vertrieben oder flüchtet in die Diaspora und sitzt seitdem in verschiedenen Flüchtlingslagern, zum Teil unter palästinensischer Herrschaft, mehrheitlich aber in den umliegenden arabischen Ländern. Sie sehen auch, diese jüdische Mehrheit schmilzt so ein bisschen ab, also der arabische Anteil oder der nicht-jüdische Anteil wächst etwas stärker, aber wir haben immer noch ungefähr so 75 Prozent. Ungefähr, also immer noch sehr, sehr klare jüdische Mehrheit, dass auch die statistisch sozusagen auch festgehalten wird. Wir schauen mal diese Bevölkerung uns an nach erst mal religiöser Zugehörigkeit und Sie sehen, also der jüdische Anteil 74, 75 Prozent. Der größte nicht-jüdische Anteil sind Muslime, dann kommen Christen und Drusen, dann gibt es die anderen, nicht wenige davon sind durch das Rückkehrgesetz eingewandert, weil der Vater jüdisch ist, der Großvater jüdisch ist, die werden aber nicht immer mitgezählt als Juden. Also sie werden als Einwanderer mitgezählt als Juden, aber da sie beispielsweise in der Logik des Rabinats nicht heiraten können, werden sie manchmal zum jüdischen Anteil mit dazugezählt und manchmal eben nicht. Wenn wir uns das mal sprachlich anschauen, stellen wir fest, die arabischsprachige oder eben die palästinensische oder eben die arabisch-israelische Bevölkerung ist konzentriert in ganz bestimmten Regionen. Also einmal beispielsweise natürlich, Sie sehen das hier schraffiert, in Ost-Jerusalem beispielsweise. Wer sich durch Jerusalem bewegt, kann in den meisten Fällen ganz gut sagen, ob er sich gerade in einem jüdisch-israelischen oder einem arabisch-palästinensischen Viertel befindet. Sie sehen eine große Sammlung im Negev, also eher die bedouinische Bevölkerung. Sie sehen in Jaffo weiterhin einen arabischen Anteil. Sie sehen Hameshulash, also diese Region relativ nah an der Grenze zur grünen Linie. und Sie sehen und Sie sehen dann schließlich Galiläa, Sie sehen natürlich Haifa und schließlich die Golanhöhen mit der drusischen Konzentration an der Grenze zu Syrien. Also das heißt, es sind Bevölkerungskerne, die schon deswegen sehr politisch sind, weil sie konzentriert sind, weil sie zum Teil an strategisch wichtigen Punkten des Landes sitzen, Ost-Jerusalem, an der Grenze zur grünen Linie, an der Grenze zu Syrien, an der Grenze zum Libanon. Wir gehen mal eins weiter und schauen uns das Ganze nochmal an, jetzt mal nur die Kategorie der nicht-jüdischen Israelis. Ja, wir haben schon gehört, die meisten sind Muslime, christliche Minderheit, drusische Minderheit. Das sind nicht alle. Es gibt noch Kleingruppen, die zum Teil in anderen Staaten des Nahen Ostens vertreten sind, die zum Teil religionsgeschichtlich sehr spannend sind. Also es gibt die Maroniten beispielsweise, das wäre die mit Rom unierte katholische Gruppe, die über lange Zeit den Libanon dominiert hat, bis sie den Bürgerkrieg verloren haben. Das wären die Armenier, die Sie vielleicht alle kennen aus dem armenischen Viertel in Jerusalem. Das wären die Tscherkessen, die auch zur israelischen Armee eingezogen werden. Eine muslimische, nicht-arabische Gruppe aus dem Kaukasus, die beispielsweise auch die Leibwache des jordanischen Königs stellt. also die klassische Minderheit aus dem Kaukasus in den meisten östlichen Staaten vertreten. Das wären die Assyre, eine aramäischsprachige Gruppe, auch eine christliche Gruppe, das wären die Koppen, christliche Gruppe, die Sie aus Ägypten kennen könnten, und die Samaritaner, ihnen allen bekannt aus dem Neuen Testament, wer sich schon mal in Israel bewegt hat, dem könnten die aufgefallen sein, in Cholon, das ist die größte Gruppe der Samaritaner in Israel, und in Nablus, wo die Samaritaner inzwischen auf dem Berg Gersim wohnen und verschiedene Narrative haben, wann sie eigentlich zum Volk Israel gehört haben und wann nicht. Wenn wir uns das Ganze und jetzt kommen die besetzten Gebiete mit rein, mal anschauen nach der sprachlichen und religiösen Verteilung, sehen wir, das fällt meistens zusammen. Also, wer eher Hebräisch spricht, ist eher jüdisch, und wer eher Arabisch spricht, ist eher muslimisch, mit großen Blöcken, die sozusagen arabischsprachig sind, aber eben nicht muslimisch. Das heißt, wir haben eigentlich zwei große Bevölkerungsgruppen, wenn wir all diese kleineren Gruppen mal einen Moment vergessen, wir haben zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan ungefähr 50-50, könnten wir sagen, einmal hebräischsprachige jüdische Israelis und andererseits arabischsprachige Palästinenserinnen und Palästinenser, sehr klare muslimische Mehrheit mit einer christlichen Minderheit, bei den Drusen ist immer die Frage, wo möchten die dazu gerechnet werden, manche würden sich glaube ich als Araber bezeichnen, manche als Israelis, manche als Drusen, die muss man also ein Stück weit hier rausnehmen. Das war jetzt erstmal der Überblick, Sie haben gesehen, wie es ungefähr aussieht, zahlenmäßig, Mehrheit, Minderheit, ich möchte jetzt mit Ihnen mal und erneut, wir sprechen über den Staat Israel, wir sprechen heute fast nicht übersetzten Gebiete, ich möchte mit der Typologie der Minderheiten anfangen, damit Sie einfach sehen, wen gibt es denn, wie verstehen die sich selbst, wie werden sie vom Staat Israel wahrgenommen oder gelesen, wie geht der Staat Israel mit ihnen um, wie fügen sie sich sozusagen ein in das Staatsmodell eines jüdischen und demokratischen Staates. Wir fangen mal an mit der nationalen Minderheit, also palästinensisch arabische Israelis, das wären Palästinenser oder israelische Araber, die tatsächlich einen israelischen Pass besitzen, also Staatsbürgerschaft, das betrifft nicht Ost-Jerusalem, also in Ost-Jerusalem haben die meisten nur Residentenrechte, die könnten einen israelischen Pass bekommen, boykottieren aber die israelische Herrschaft über Ost-Jerusalem, wollen deswegen keinen Pass haben, wählen auch nicht bei den Wahlen im Stadtparlament, obwohl sie vielleicht eine 40-prozentige Minderheit bilden würden, wenn sie an Wahlen teilnehmen würden, also diese Gruppe von Araberinnen und Arabern, Palästinenser und Palästinenser im Stadt Israel, sitzt dort seit dem ersten arabisch-israelischen Krieg, hat zwar einen israelischen Pass, das heißt aber nicht, dass sie vom Stadt Israel von Anfang an gleich behandelt wurden, also von 1948 bis 1966 ist diese arabische Gruppe unter Militärverwaltung, nicht dasselbe wie Besatzung, aber ein bisschen ähnlich wie Besatzung, also das heißt, es gab eine Militärzensur der arabischen Presse, es gab eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit und es gab Landenteignungen, also durchaus ähnliche Prozesse wie heute in besitzten Gebieten, die arabische, palästinensische, arabisch-israelische Minderheit ist in der Knesset seit dem Anfang an vertreten, am Anfang in sogenannten Satellitenparteien, das heißt beispielsweise die Staatspartei Mapai hatte immer auch so eine kleine arabische Partei, die zufällig derselben Meinung war wie Mapai, im Grunde erst seit der israelischen Herrschaft über die besetzten Gebiete und am Anfang ist das ja eine Herrschaft ohne Grenzen, also nach 67 können sie, wenn sie als Palästinenserin im Staat Israel leben, ganz problemlos in den Gaza-Streifen fahren und dort ihr Auto billig reparieren lassen und sie können nach Ramallah fahren und dort essen gehen, dasselbe natürlich auch als jüdische Israelis. Das heißt, die arabische Minderheit im Staat Israel kommt erst mal in Kontakt mit den Palästinensern in besetzten Gebieten, wird dadurch politisiert und übernimmt so eine Reihe von Symbolen und Forderungen der PLO oder eben des palästinensischen Nationalismus, also die Idee des Rückkehrrechts, dass die ungefähr vier bis fünf Millionen Palästinenser in der Diaspora unbedingt zurückkehren müssen in Dörfer, die es gar nicht mehr gibt, natürlich die palästinensische Fahne, es gibt den Tag des Bodens, ein Protesttag gegen Landenteignungen, Sie sehen, dass es durch die arabischen Israelis oder die Palästinenser an der Uni Tel Aviv regelmäßig auch Proteste gibt am Nakba-Tag, also dem palästinensischen Gegenstück zu Yom Ha'atz Maut, die einen feiern Unabhängigkeit, die anderen klagen über Flucht und Vertreibung. Das heißt, dass diese Gruppe wird seit den 60ern, 70ern zunehmend politisch, hat auch eigenständige Parteien in der Knesset, hat ein eigenständiges Schulsystem, hat eine sehr, sehr große Autonomie, was Fragen des religiösen Familienrechts betrifft, hat zum Teil politische Forderungen, die den Staat betreffen, das klassische Beispiel dafür wäre der Text des sogenannten Arabischen Steuerungskomitees, das ist so ein Verband eigentlich von arabischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, wobei es meistens doch eher Männer sind, im Staat Israel, das war so der Versuch, ein Manifest zu schreiben, wie könnte denn in einer idealen Welt der Staat Israel umgehen mit seiner arabisch-palästinensischen Minderheit, das waren Forderungen, die jetzt auf der jüdischen Seite wenig Begeisterung hervorgerufen haben, also im Grunde ging es um eine umfassende Entzionisierung des Staates, also die Einwanderungsgesetze werden völlig geöffnet und richten sich eben nicht mehr an die jüdische Diaspora, die nationalen Symbole sollen weniger zionistisch sein, da müsste also das Staatswappen weg und die Fahne müsste weg und die Hymne müsste weg und natürlich noch einen Ausbau der Rechtsautonomie. Bisher haben Muslime und Christen und Drusen religiöse Rechtsautonomie, aber hier wurde eigentlich gefordert, fast eine umfassende politische Autonomie, nicht in besetzten Gebieten, nicht in einem zukünftigen Staat Palästina, sondern eben im Staat Israel. Klassisches Beispiel für eine religiöse Minderheit wären die Drusen, Sie sehen hier mit Rassan Alian, einem drusischen Kommandeur der Golani-Brigade, der glaube ich inzwischen zuständig ist für die israelische Militärverwaltung in den besetzten Gebieten. Diese Minderheit ist ganz gut integriert, vor allem wenn wir über die Drusen im Staat Israel sprechen, in den Golanhöhen ist nochmal ein bisschen was anderes. Interessant ist es deswegen, weil es diese religiöse oder weil sie eben nur untereinander heiratet, eigentlich auch ethno-religiöse Gruppe, die es überall im Nahen Osten vertreten. Das heißt, im Libanon würden sie die im Schufgebirge finden, gerade in Syrien gibt es große Proteste der drusischen Minderheit, im sogenannten Drusengebirge, also die Drusen sind überall im Nahen Osten und haben eigentlich ein Muster durchaus der Anpassung oder der Akkommodation mit dem jeweiligen Staat, also in Syrien waren die Drusen eigentlich immer arabische Nationalisten, im Libanon glaubten sie an den Föderalismus und im Staat Israel dienen sie in der israelischen Armee. Es ist deswegen eine religiöse Sondergruppe, weil sie zwar aus dem schiitischen Islam kommt, aber inzwischen eine ganze Reihe von theologischen Sondermodellen entwickelt hat, über die Muslime, orthodoxe Muslime sich ein bisschen wundern würden, also die Seelenwanderung und die Wiedergeburt und das klassische Wesen einer Geheimreligion, also es gibt die Eingeweihten und es gibt die Nichtwissenden und die Nichtwissenden wissen nicht viel mehr als an welchen Feiertagen muss ich teilnehmen und ich muss eine Druse in einen Drusen heiraten. Sehr viel mehr werden sie gar nicht finden. Es ist auch eine Gruppe, die mal einen eigenen Staat hatte, seitdem eine eigene Fahne hat. In den Golanhöhen sieht es schwieriger aus, auch deswegen, weil die Drusen im Golan lange Zeit dachten, sie könnten irgendwann nach Syrien zurückkehren müssen. Deswegen waren die Drusen im Golan immer syrische Patrioten, haben einerseits die israelischen Touristen wunderbar behandelt und konnten wunderbar Hebräsch und andererseits wenn das syrische Regime angerufen hat, sind sie mit syrischen Fahnen auf- und abmarschiert und mit Assad-Bildern. Seit dem Bürgerkrieg in Syrien ist diese Assad-Begeisterung ein bisschen zurückgegangen, aber der Unterschied ist weiterhin, die Drusen in den Golanhöhen haben nicht unbedingt einen israelischen Pass, auch wenn es eine wachsende Tendenz gibt, sich einen israelischen Pass zu holen. Das wäre ein Beispiel für eine Gruppe, die sich selbst religiös versteht und die, weil sie zwar arabischsprachig ist, sich aber nicht dem palästinensischen Nationalismus zurechnet, vom Staat Israel anders behandelt wird. Jetzt kann man sagen, das ist Absicht gewesen vom Staat Israel, sozusagen Teile und Herrsche, man hat hier einen Teil des palästinensischen Volkes systematisch abgetrennt, ich glaube, ganz so einfach war es nicht. Wenn wir uns den Rest des Nahen Ostens anschauen, sehen wir, dass die Drusen durchaus aktiv sind, in der Art und Weise, wie sie sich politisch verhalten. Die Drusen sind manchmal auch ein Vorbild für andere kleine Gruppen in der arabischen Gemeinschaft, dazu kommen wir gleich. Die Tschakessen werden ein Beispiel für eine ethnische Minderheit, also die sich als Muslime nicht von ihren Nachbarn arabischer Sprache unterscheidet, die aber ethnisch sehr klar nicht jüdisch, aber eben auch nicht arabisch palästinensisch ist. Großteil der Tschakessen ist geflüchtet in die Türkei und ist dort inzwischen kulturell ganz gut türkifiziert worden. In Israel gibt es noch zwei Dörfer, Quarkama und Rechania und Sie sehen hier, ein bisschen Folklore ist geblieben, die Fahne ist geblieben, die Sprache ist geblieben im Schulsystem, die werden ins Militär eingezogen und Sie sehen also der soziale Aufstieg, wie das auch in Deutschland bei ethnischen Minderheiten so ist, funktioniert mit dem Sport, also der Kapitän der Fußballmaterialmannschaft ist israelische Tschakessen. Es gibt eine interessante, wenn sie auch zahlenmäßig sehr klein ist, eine politisch interessante Gruppe, deren Entstehen wir sozusagen beobachten können. Und zwar, wir sehen den Beginn eines aramäischen Nationalismus innerhalb der christlichen und vor allem der maronitischen Minderheit in Israel. als Aramäer würden sich eigentlich eher bezeichnen die Gruppe, die wir früher als Jakobiten bezeichnet hätten, also eine klassische orientalische Ostkirche, die in Deutschland ganz gut präsent ist, die häufig eher aus der Türkei eingewandert ist, die jetzt tatsächlich auch zu Hause Aramäisch spricht. In diesem Fall handelt es sich um Maroniten, also arabische Christen, die eher aus dem Libanon kommen, die sich nicht als Teil des palästinensischen Volkes sehen, die sich häufig auch nicht als Araber sehen, auch Maroniten würden sagen, sie sind keine Araber und die im Grunde versuchen von den Drusen zu lernen, indem sie sagen, wir sprechen vielleicht arabisch zu Hause, aber eigentlich sind wir keine Araber und wir sind auch keine Palästinenser und deswegen möge doch der Staat Israel uns anders behandeln und deswegen möchten wir eigentlich und das ist inzwischen möglich, als Aramäer gezählt werden, auch wenn wir kein Aramäisch mehr sprechen, aber die lernen so ein bisschen Aramäisch, was eigentlich bei den Maroniten nur noch als Kirchensprache vorhanden ist und versuchen sozusagen durch das freiwillige Dienen im israelischen Militär in dieser Hierarchisierung von Mehrheit und verschiedenen Minderheiten aufzusteigen. Also es ist im Grunde eine Drusifizierung oder vielleicht eine Selbst Drusifizierung und Sie sehen ein wichtiger Kanal des sozialen Aufstiegs oder ein wichtiges Mittel zur sozialen Akzeptanz ist das Dienen im Militär und das wäre immer einer der großen Unterschiede zwischen diesen ethnischen Gruppen wie den Tscherkessen die ethno-religiösen Gruppen wie den Aramäern oder den Drusen und der großen arabisch-palästinensischen Mehrheit die eben nicht ins Militär eingezogen wird. Jeder, der schon mal in Tel Aviv war und in der Tachan-Amerikasid umgestiegen ist in der zentralen Busstation hat festgestellt es gibt natürlich auch eine Minderheit auf Zeit oder eine Minderheit von der man zumindest glaubt sie sei auf Zeit vorhanden nämlich Gastarbeiter und Flüchtlinge die vom Staat Israel nicht als Flüchtlinge anerkannt werden. Im Grunde seit der zweiten Intifada also seit der Zugriff auf palästinensische Gastarbeiter aus dem Gaza-Streifen aus dem Westjordanland deutlich schwieriger geworden ist auch seit dem Bau der Trennmauer zwischen Israel und besetzten Gebieten brauchte man andere billige Arbeitskräfte die eben keine Palästinenser waren sondern plötzlich Neueinwanderer die bewusst als Gastarbeiter ins Land geholt wurden die auch keinen israelischen Pass bekommen die meisten kommen aus Asien sie sind zum Teil in der Landwirtschaft tätig sie sind zum Teil in der Pflege tätig es gibt eine Gruppe von 30.000 40.000 afrikanischen Flüchtlingen die durch den Sinai nach Israel gekommen sind bevor Israel die Grenze zu Ägypten zugemacht hat das war 2013 die sind zum Teil interniert die sind zum Teil schon abgeschoben oder sollen abgeschoben werden das haben sie bei den eritreischen Demonstrationen vor ein paar Wochen vielleicht mitbekommen und wie in den meisten Staaten des Nahen Ostens und auch hier fügt sich Israel wieder ganz gut ein in seine Region gibt es für die eigentlich keine Möglichkeit der Einbürgerung also wenn sie jetzt als Philippiner in der Pflege tätig sind ob das der Libanon ist oder die Emirate oder Israel sie arbeiten da für zehn Jahre und irgendwann geht es für sie zurück ob sie das wollen oder nicht aber sie bekommen nicht plötzlich einen libanesischen Pass einen emiratischen pass einen israelischen pass und ähnliches gilt für diese Gruppe von Flüchtlingen also das heißt dieses Modell der Gastarbeiter was bei uns irgendwann neu erfunden wurde wird in den Staaten des Nahen Ostens relativ präzise eins zu eins weiter angewandt zum Teil sind die demografisch sehr konzentriert also vor allem in Süd-Tel-Aviv wo sie auch sozusagen die Projektionsfläche von nationalistischer Mobilisierung geworden sind aber gerade weil sie eben keinen Pass haben und weil sie eben nicht an Wahlen teilnehmen können sind sie häufig außerhalb des politischen Diskurses das war die Typologie und sie haben gesehen man kann sagen es gibt irgendwie die Nichtjuden und es gibt die Juden und man kann sagen es gibt die Juden und die Araber und wenn man ein bisschen reinzoomt wird das alles nochmal etwas schwieriger wir fangen mal an mit den Konfliktzonen oder vielleicht mit den Konfliktlinien die sich in den letzten Jahren aufgetan haben zwischen der jüdisch-israelischen Mehrheit und der arabisch-israelischen oder arabisch-palästinensischen Minderheit und wir fangen an mit dem Nationalstaatsgesetz von 2018 erneut es geht um den Staat Israel es geht nicht um übersetzte Gebiete Sie sehen hier nochmal drusische Demonstrationen weil die drusische Minderheit eben im Militär dient und sagt wir sind Staatsbürger wir dienen im Militär unsere Söhne fallen in israelischen Kriegen aber plötzlich sind wir irgendwie Staatsbürger zweiter Klasse das kann glaube ich eigentlich nicht sein in der sozialen Wirklichkeit ist es so dass dieses Nationalstaatsgesetz fast nichts am Status Quo geändert hat aber die Art und Weise des Umgangs mit der arabisch-israelischen oder arabisch-palästinensischen Minderheit im Staat Israel wurde plötzlich in Gesetzesform gegossen das heißt es hat sich fast nichts geändert aber plötzlich gibt es einen Gesetzestext auf dem er sich berufen kann das ganze war also vor allem ein politisches Manöver im israelischen Wahlkampf hier nochmal den Wahlkampf Aufruf von Netanyahu 2015 also die Regierung der Rechtsparteien ist in Gefahr ausländische NGOs bringen Araber in großen Mengen zu den Wahllokalen Zav Schmonne also im Grunde einen Einrufungsbefehl hat er ausgesprochen gegenüber seinen klassischen Wählern also die ganze Familie muss jetzt sofort wählen gehen das war ein Aufruf am Tag der Wahl selbst also Sie sehen mit welchen Mitteln vielleicht auch der rassistischen Mobilmachung hier gearbeitet wird um eben und er ist selbst sehr sehr säkular aber plötzlich mit Gottes Hilfe wird also eine nationale Regierung gebildet was steht da eigentlich drin im Nationalstaatsgesetz wir schauen uns das nochmal an interessant ist Artikel 1 ja also Sie sehen das Land Israel in der Stadt Israel gegründet wurde ist die historische Heimstätte des jüdischen Volkes Sie sehen schon Araber tauchen nicht auf und das Recht auf nationale Selbstbestimmung wird im Staat Israel ausschließlich vom jüdischen Volk ausgeübt ja das würde man jetzt sagen ist doch in den meisten Nationalstaaten so aber es schien offenbar wichtig das nochmal zu betonen dass auch wenn es hier eine nationale Minderheit gibt deren Mehrheit man nebenher militärisch mitverwaltet dass die auf keinen Fall irgendeine Form der nationalen Selbstbestimmung haben kann ja also die können vielleicht irgendwie individuelle Staatsbürgerrechte haben aber keine kollektiven Rechte und die einzigen kollektiven Rechte die sie haben können sind religiöse Rechte das heißt als Muslime als Christen haben sie wie im Osmanischen Reich wie im postosmanischen Raum religiöse Sonderrechte aber als Palästinenser tauchen sie sozusagen nicht auf Artikel 4 besonders umstritten auch für die drusische Minderheit die Amtssprache des Staates Israel ist Hebräisch das Arabische hat einen Sonderstatus niemand weiß was das heißt der Gebrauch des Arabischen wird von Einzelgesetzen geregelt das gilt für die ungefähre Zukunft das ist alles noch nicht passiert in der sozialen Wirklichkeit ist es nicht so dass vorher das Arabische tatsächlich auf Augenhöhe war mit dem Hebräischen also sie können natürlich auf Arabisch sprechen in der Knesset das versteht sie halt keiner aber sie können auf Arabisch sprechen und das ist sozusagen das ist legal und zumindest die Palästinenser im Raum verstehen sie und das wird später auf Hebräisch übersetzt wenn sie mit israelischen Behörden interagieren werden sie in den meisten Fällen Hebräisch brauchen im öffentlichen Raum werden sie sehen eigentlich tauchen die drei Sprachen der britischen Mandatsherrschaft also Englisch Hebräisch Arabisch auf Augenhöhe miteinander auf aber im Staat Israel selbst war natürlich das Hebräische immer wichtiger und hier ist es jetzt zum ersten Mal tatsächlich sozusagen in Gesetzesform gegossen worden hier wird es interessant hier kann man sich fragen sprechen wir eigentlich über den Staat Israel in seinen völkerrechtlichen Grenzen oder sprechen wir nicht eigentlich über die übersetzten Gebiete also der jüdische Siedlungsbau als ein nationaler Wert Bau und Konsolidierung jüdischer Siedlung wird ermutigt unterstützt die einen hören hier mit dass es in die übersetzten Gebiete geht die anderen würden sagen vielleicht geht es gar nicht um Judäa und Samarien also um die besetzte Westbank sondern vielleicht geht es um die Judaisierung von arabisch oder mehrheitlich arabischsprachigen Teilen des israelischen Kernlandes also die Judaisierung vom Negev oder eben von Galiläa also Nationalstaatsgesetz haben Sie alle schon mal gehört und Sie haben auch gesehen um was es eigentlich geht eng verbunden damit und wir bleiben weiterhin im israelischen Kernland zumindest aus der Sicht des Staates Israel ist das Problem der Siedlungspolitik und zwar nicht in dem was der Staat Israel selbst als besetzte Gebiete bezeichnen würde sondern in dem was erneut der Staat Israel selbst als israelisches Kernland beschreiben würde also Ost-Jerusalem vom Staat Israel anektiert und arabisch-israelische Stadtviertel also die sogenannten gemischten Städte diese Politik der demografischen Judäisierung setzt sich also fort und führt zu Spannungen also wir haben ein bisschen man könnte sprechen von Hebronisierung also in Hebron oder in Al-Khalil selbst haben Sie eine sehr sehr kleine jüdische Minderheit in der Altstadt selbst Sie haben natürlich Kiryat Arba ein bisschen außerhalb und das Ganze wird im Grunde nur zusammengehalten durch das israelische Militär vor Ort durch den politisch gesteuerten Zuzug der nationalreligiösen Gruppen die das Siedlungsprojekt in den besetzten Gebieten politisch vorangetrieben haben werden sogenannte Thorak-Kerne errichtet also man sagt im Grunde wenn wir als religiöse Zionisten wenn wir als nationalreligiöse immer nur auf den Hügeln sitzen in Judäa und Samarien wie es die besetzten Gebiete beschreiben würden ist das zwar schön und gut und wir halten das Land Israel unter Kontrolle aber wir haben gar keinen gesellschaftlichen Einfluss das heißt wir sind isoliert irgendwo in Beit El aber wir kommen gar nicht rein an die Säkularen die wir doch eigentlich beeinflussen wollen und deswegen gibt es diese Idee einige von uns sitzen eben nicht in übersetzten Gebieten in den Siedlungen sondern wir errichten nationalreligiöses Leben in entweder jüdisch-arabisch gemischten Städten oder in säkularen Städten und Sie können sich vielleicht vorstellen dass der Zuzug von einer solchen manchmal auch messianisch angetriebenen Bevölkerung gerade in den säkularen aber auch in den jüdisch-arabisch gemischten Städten zu neuen Konflikten führt weil das Leute sind die möglicherweise solche Konflikte antreiben und nicht befrieden um es vorsichtig zu beschreiben so sieht das Ganze in Ost-Jerusalem aus Sie sehen einmal die großen sozusagen den Ring der großen neuen jüdischen Viertel die der Stadt Israel nicht als Siedlung beschreiben würde um die Altstadt herum also wir sehen Maler-Dumim Nebiakow Givadzeev Hachoma das ist aus Sicht des Staates Israel alles israelisches Kernland und deswegen ist es ganz normal dass da neue jüdische Viertel entstehen das ist im Grunde etabliert wie man das eines Tages dann aufteilen möchte oder ob man das noch aufteilen kann ist eine offene Frage aber politisch interessant wird das Ganze dann wenn es religiös sensibel wird und da kommen wir zur Altstadt wer schon mal in der Altstadt war hat vielleicht so dieses klassische Bild im Kopf es gibt so diese vier Viertel es gibt das jüdische Viertel das christliche Viertel das muslimische Viertel das armenische Viertel und zum großen Teil stimmt das auch aber wer sich im muslimischen christlichen armenischen Viertel bewegt könnte in den letzten 10 bis 20 Jahren festgestellt haben da tauchen plötzlich israelische Fahnen auf und da sind plötzlich sozusagen ein Haus oder manchmal auch nur eine Wohnung offensichtlich in die jüdisch-israelische Hand und die haben möglicherweise besonders große israelische Fahnen rausgehängt das sehen Sie rechts und Sie sehen da sind plötzlich in Vierteln die nicht als jüdisches Viertel beschrieben werden gibt es plötzlich eine jüdisch-israelische Präsenz die von NGOs der israelischen Rechten ganz bewusst dort platziert wurde also man findet jemanden man findet irgendwie einen Strohmann häufig läuft das über die griechisch-orthodoxe Kirche die zahlenmäßig gering vertreten ist die aber aus der Zeit des Mandats und auch aus der osmanischen Zeit noch über riesige Ländereien verfügt neu dazu kommt inzwischen am unteren Ende des armenischen Viertels auch da ist ein riesiges neues Gelände gekauft worden das heißt innerhalb der Altstadt gibt es den bewussten Versuch jüdische Präsenz zu verstärken und jetzt gehen wir mal südlich der Altstadt in Irda-Wed oder eben Silwan gibt es eine interessante Kombination aus einerseits Archäologie andererseits Tourismus und drittens Siedlungstätigkeit das heißt das was früher im Grunde ein palästinensisches Dorf oder ein palästinensisches Viertel war ändert sich langsam durch Ausgrabungen mit den Ausgrabungen kommen Touristen und um die Ausgrabungen herum kommen solche Siedlungskerne und man kann sich vorstellen dass das in 10 oder 20 Jahren plötzlich ganz anders aussieht und dass das zu Konflikten führen könnte können Sie sich selbst vorstellen und ist manchmal vielleicht auch angestrebt wer der israelischen Tagespresse folgt hat bestimmt gemerkt dass in diesem Jahr fast schon bizarren Negativrekorde erreicht wurden was mafiöse Morde betrifft innerhalb der palästinensischen oder arabischen Minderheit im Staat Israel was hier passiert ist im Grunde ein sehr umfassendes Versagen der israelischen Polizei die in den arabisch israelischen Regionen schwach präsent ist die auch bei den jüdisch-arabischen Auseinandersetzungen erst sehr sehr spät eingegriffen hat zum Teil ist es ein paradoxer Erfolg also die israelische Polizei hat es in den letzten Jahren geschafft die organisierte Kriminalität innerhalb der jüdischen Mehrheitsgesellschaft erfolgreich zu bekämpfen aber in dem Moment als die jüdische Mafia geschwächt war ist sozusagen die arabisch-palästinensische Mafia nachgerückt und die wird von der israelischen Polizei deutlich weniger effizient bekämpft um es vorsichtig zu beschreiben die israelischen Banken sind schwach präsent in den arabischen Regionen das heißt es gibt sowas wie einen informellen Finanzsektor also wenn sie jetzt in einem arabischen Dorf wohnen oder in der gemischten Stadt und sie brauchen Geld kriegen sie das vielleicht nicht von der Bank und dann suchen sie eben wo könnte das Geld dann noch herkommen und dann finden sie einen Restaurantbesitzer der ihnen Kontakt vermittelt und plötzlich fließt das Geld und irgendwann kommt dann ein Familienvater der möglicherweise bewaffnet ist und möchte plötzlich 10% zinsen oder manchmal auch 50% also es gibt sowas wie eine sehr stark präsente organisierte Kriminalität die sich untereinander bekämpft also das ist nicht wir können jetzt zynisch sagen eine funktionierende Mafia die man nicht sieht sondern es ist eine ineffiziente eine nicht funktionierende Mafia die sich untereinander bekämpft und diese Familien schießen eben da schießen nicht nur die Soldaten der Mafia aufeinander sondern da trifft es auch Kinder und da trifft es auch Frauen manchmal absichtlich manchmal unabsichtlich und ich glaube wir sind jetzt angekommen bei 166 Toten allein dieses Jahr und die Anzahl von ermittelten Tätern ist erschreckend gering und sie können sich vorstellen dass es einige gibt innerhalb der palästinensischen arabischen Minderheit die sagen würden vielleicht ist das ja gar kein Zufall vielleicht ist das ja einfach Absicht vielleicht ist es ja dem derzeitigen Innenminister der ein sehr offener Rassist ist vielleicht ist es dem einfach egal oder wenn es noch schlimmer ist vielleicht schaut er einfach zu und freut sich wie die Araber sich gegenseitig erschießen damit kommen wir zur jetzigen Regierung die wir versucht haben eine Zeit lang auszublenden aber wir können es ja nicht also wir haben offen die vorher so ein etwas kümmerliches Dasein gefristet haben als so rechtsextreme Medienclowns die irgendwie eingeladen werden für eine besonders scharfe rassistische Meinung Itamar Ben-Gwir selbst mehrfach vorbestraft wegen Unterstützung von Terrorismus auch deswegen nicht eingezogen die israelische Armee war jemand der über lange Zeit das war was wir in Deutschland einen Szene Anwalt nennen würden ja also wenn sozusagen der harte rechtsextreme Kern der Siedler Bewegung Bäume in besetzten Gebieten zerstört hat oder Häuser angezündet hat oder manchmal auch Familien angezündet hat dann wurde Itamar Ben-Gwir geholt als rechtsradikale Szene Anwalt der dann vor Gericht besonders viel Show gemacht hat und die irgendwie rausgeboxt hat das sind Leute die vorher völlig isoliert waren im politischen Spektrum also sein politisches Vorbild Meir Kahane Einwanderer rechtsextremer theokratischer Vordenker sozusagen der Namensbegründer des Kahane ismus wenn der in den 80er Jahren in der Knesset gesprochen hat sind die Abgeordneten aufgestanden und rausgegangen und der sprach von der leeren Knesset und Itamar Ben-Gwir ist heute Innenminister der Grund dafür wir können ja sagen sozusagen gefährlicher Rechtsruck Demografie und wie es davon stimmt die Wahrheit ist aber auch dass bei den letzten israelischen Wahlen sich bei der Mengenverteilung zwischen Mitte Rechts Mitte Links fast nichts geändert hat also wir haben ungefähr 50% Mitte Rechts 50% Mitte Links und das tragische Scheitern der israelischen Linken und auch der arabischen Parteien hat dazu geführt dass eine israelische Linkspartei nämlich Meretz unter die 3,5% Hürde gefallen ist und eine arabische Partei das heißt hätten sich die arabischen Parteien auf eine formale Liste zusammengeschlossen und hätten sich die israelischen Linksparteien zusammengeschlossen sähe das heute ganz anders aus auf der anderen Seite des Spektrums ist es Netanjahu gelungen wirklich jede Stimme abzuholen und das heißt in diesem Fall wirklich jede Stimme also wirklich von Leuten die vorher politisch isoliert waren die Clowns waren die vor Gericht waren wegen Rechtsextremismus wegen Terrorismus die hat man zu Wahl Allianzen zusammengeschmiedet um wirklich jede Stimme auch am harten rechtsextremen Rand abzuholen man hätte jetzt sagen können das ist politisch einfach nur klug aber das hat eben auch dazu geführt dass diese Rechtsextremisten plötzlich mit in der Regierung sitzen und mit der israelische Rechtsextremismus stellt den Innenminister und mit messianische Milieu der Siedlerbewegung gleichzeitig den Finanzminister und den Minister im Verteidigungsministerium der für das Siedlungswesen zuständig ist das heißt die Siedler regieren sich jetzt selbst und können sich selber das Budget von der Linken in die rechte Hand und zurückschieben um sie noch ein bisschen zu gruseln wer schon mal in Hevron in Al-Khalil war könnte festgestellt haben es gibt eben nicht nur die Machpelah die Patriarchengräber die so politisch sehr schwierig aufgeteilt sind in einen jüdischen und muslimischen Teil sondern es gibt auch eine jüdische Siedlerpräsenz und ich glaube der historische Tiefpunkt dieser Siedlerpräsenz ist das Baruch-Goldstein-Grab im Meir-Kahane-Park also Baruch-Goldstein ein jüdischer Terrorist der 1994 29 Palästinenser beim Gebet erschossen hat wird hier als Heiliger verehrt inmitten eines Parks der Meir-Kahane gewidmet ist dem Gründungsvater des jüdisch-israelischen Rechtsextremismus dieses Grab war übrigens der Ort des ersten Dates von Itamar Benkwe und seiner Frau da Sie einfach mal sehen welches Milieu inzwischen den Innenminister stellt und zentrale Ideen von Benkwe kommen im Grunde aus der Logik der Besatzung also dieses Siedler-Milieu kennt im Grunde fast nichts außer es gibt eine kleine jüdische Minderheit und das Militär hält uns über Wasser und das was der Staat Israel in den besitzenden Gebieten macht also administrativ Haft ohne Gerichtsverfahren Einsatz des Inlandsgeheimdienstes gegen die palästinenser Bevölkerung das sind Themen oder Methoden die Benkwe reinholen möchte in das israelische Kernland einfach weil es aus seiner Sicht in neben besitzenden Gebieten doch gut funktioniert oder zumindest für ihn und seine Freunde in Kiryat Arba um sie nochmal zu gruseln ja also sie sehen dass das entschuldigung Mohammed also einer der wenigen palästinensischen Journalisten die es ins israelische Fernsehen geschafft haben aber sie sehen schon das ist nicht nur eine PR Katastrophe für den Staat Israel sondern es ist auch eine sehr bestimmte Idee davon wer eben sich frei bewegen kann und wer sich eben nicht frei bewegen kann damit es nicht so pessimistisch endet kommt jetzt der positive Block Sie können erstmal kurz tief Luft holen und wir sprechen über Koexistenz oder Normalisierung wie ich es hier mal genannt habe und bei all diesen Konflikten und Gewalt und so weiter und so fort es gibt trotz allem einen Prozess von dem was ich hier mal Israelisierung auf Arabisch wäre aus Asrala nennen möchte das wäre auch der soziologische Fachbegriff dafür das heißt einerseits haben wir ein sprachlich ethnisch religiös segmentiertes Schulsystem das heißt wir haben ein hebräisches Schulsystem und wir haben ein arabisches Schulsystem gleichzeitig gibt es aber nicht nur Interaktion in wenigen Fällen durch gemischte Ehen viel häufiger im Berufsleben an der Uni im Unternehmen manchmal auch in der Armee das heißt diese beiden Bevölkerungsgruppen treffen sich eben doch und wer beispielsweise in der Anteil wächst als Palästinenserin als Palästinenser als Araberin durch das hebräischsprachige Schulsystem hindurch geht oder wer auf eine der wenigen hebräisch-arabischen Schulen geht der spricht eben irgendwann muttersprachlich hebräisch Sie sehen es gibt eine ganze Reihe hebräische Begriffe die inzwischen zumindest im Staat Israel ins Palästinensische Arabisch übernommen worden sind also Sie sehen natürlich die Besatzung ist das aber eben auch Begriffe die man einfach so automatisch aus dem Hebräischen rüberzieht es gibt einen stark wachsenden Anteil von israelischen Araberinnen und Arabern im tertiären Bildungssystem also in den Universitäten es gibt einen Fokus manchmal so ein bisschen auf die nützlichen Fächer ja also ich bin ja auch Sozialwissenschaftler aber ob ich jetzt Leuten empfehlen würde das zu studieren ist eine andere Frage also Lehrerberufe Medizin Pharmazeutik interessant fand ich den hohen Anteil der jiddisch Studierenden in Bar Ilan ich glaube das ist so der Versuch irgendwie den Staat Israel zu verstehen indem er sich die Diaspora anschaut es gibt ein wir haben es schon gehört bei den Drosen ist es schon so bei den Christen fängt es gerade an es gibt ein wachsendes Interesse am Militärdienst einfach weil die meisten zivilen israelischen Karrieren im Militär anfangen also wenn Sie Journalist werden wollen fangen Sie schon mal an im Militärdienst bei der Militärzeitung zu arbeiten oder beim Militärradio wenn Sie Islamwissenschaftler werden wollen haben Sie Arabisch meistens schon in der Armee gelernt und wenn Sie im israelischen Hightech arbeiten wollen waren Sie eigentlich vorher Programmierer bei der Armee oder eben beim Militären Nachrichtendienst also das gibt's ja es gibt so was wie eine kulturelle Integration das heißt nicht dass die jetzt zu Israelis werden das heißt manchmal auch dass Leute an der Uni erst entdecken dass sie eigentlich natürlich noch sich viel stärker als Palästinenser wahrnehmen als es vielleicht vorher der Fall war aber es gibt Nebeneinanderleben Zusammenleben es gibt sowas wie Koexistenz es gibt sowas für ein gegenseitiges Interesse es gibt und das ist mehr eine religionswissenschaftliche Fußnote es gibt auch den Fall von religiöser Assimilation und zwar in beide Richtungen es gibt eine Reihe von Mischehen wo häufig eher die Frauen konvertieren und dann eben muslimisch werden und es gibt seltene Fälle der religiösen Assimilation durch den Übertritt zum Judentum also wer nur israelischer Staatsbürger ist ist ja noch kein jüdischer Israeli und hier habe ich Ihnen mal zwei seltene Fälle rausgesucht Nasrin Kadri und Abraham Sinai der früher immer Ibrahim Yassin hieß also es gibt das Modell der Mischehe wo eben die Frau nicht konvertiert das wäre Lucy Aharisch wäre ein schönes historisches Beispiel dafür es gibt aber auch Beispiele und das war zumindest erst anfangs im Teil einer sich anbahnden Ehe wo eben eine Palästinenserin oder eine israelische Araberin zum Judentum formal konvertiert ob die dann anerkannt wird als jüdische Israel ist noch mal eine andere Frage aber das zeigt zumindest da gibt es so etwas wie eine gegenseitige Nähe in manchen Fällen kann das auch zu fast schon einem politischen Statement werden hier wäre wie der Lucy Aharisch die 2015 eine der Fackeln angezündet hat so eine klassisches eine Ehrenbezeugung für prominente Vertreter des politischen wirtschaftlichen kulturellen Bereiches und das war ihre Kurzansprache zum Teil auf Hebräisch zum Teil auf Arabisch und sie sehen schon wie sie sozusagen sich einordnet also alle nennen sozusagen erstmal die Namen ihrer Eltern das sind meistens jüdische Sprecherinnen und Sprecher wo das ganz normal ist und sie ruft eben sozusagen erstmal ihre arabischsprachige Familie auf sie sehen klar dass sie sozusagen aufruft oder in Erinnerung des Publikums ruft all diejenigen die dem sinnlosen Hass derer zum Opfer gefallen sind die vergessen haben dass wir alle im Bild des einen Gottes geschaffen wurden und dann zählt sie auf wenn wir über Vielfalt sprechen wären das die verschiedenen Gruppen die man sich anschauen könnte in der israelischen Gesellschaft also Mizrachim und Aschkenazim nahöstliche Juden westliche Juden religiöse und säkulare Araber und Juden und hier versucht sie eine Kategorie zu finden die als Klammer das alles zusammenhält und da meint sie glaube ich Juden und Araber nämlich die Söhne dieses Vaterlandes welches uns daran erinnert dass wir kein anderes Land haben ja klassisch hebräisch zionistische Formel und das sagt sie ja auch auf Arabisch um anzudeuten auch die Palästinenser im Staat Israel auch die haben kein anderes Land auch die wollen irgendwie Teil dieser Gesellschaft werden das ist die Schlussformel also jetzt ehren wir den Staat Israel zu Ehren des Staates Israel und Sie sehen den Staat Israel hat sie mitgenommen aber sie hat die Menschheit noch mit reingenommen also ich glaube ein ganz schönes Beispiel für kulturelle Akklimatisierung und Teilassimilation ich habe jetzt dauernd versucht herumzutanzen um den Begriff sind das jetzt Palästinenser sind das jetzt Araber sind das israelische Araber wie können wir die eigentlich nennen es gibt eine ganze Reihe von soziologischen Studien dazu wir schauen uns mal eine an von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt an der Uni Tel Aviv und wir werden jetzt sehen dass innerhalb der arabischsprachigen Minderheit im Staat Israel es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt wie stark man diskriminiert wird wie positiv man israelische Staatsbürgerschaft findet aber auch wie man sich selbst wahrnimmt also nicht alle würden sagen ich bin natürlich Palästinenser und auch nicht alle würden sagen ich bin einfach nur israelische Araber mit der PLO kann ich nichts anfangen wir schauen uns erst mal links an und Sie sehen hier eine Übersicht wie stark fühlt sich die arabische Minderheit im Staat Israel gleich behandelt oder eben ungleich behandelt also diskriminiert und Sie sehen schon das finde ich ganz interessant dass im jüngeren Alter eine stärkere Diskriminierung wahrgenommen wird und manchmal bei den Älteren stärkere Gleichheit wahrgenommen wird könnte auch daran liegen dass zwischen 18 und 22 ist die Zeit des Militärdienstes das heißt wenn ich ins Militär eingezogen wird merken die im Moment sehr sehr klar ich bin nicht wirklich Teil dieser Staatsnation wir haben in der Mitte eine Aufspaltung nach religiösen Kategorien und Sie sehen bei den Muslimen also die überwiegende die überwiegende Mehrheit überwiegt das Gefühl der Diskriminierung während bei Christen und Drosen und Sie sehen bei Drosen sind das mehr als drei Viertel die haben das Gefühl sie werden eigentlich als Staatsbürger gleich behandelt also Sie sehen wenn wir die nur als Palästinenser oder als Araber uns anschauen reicht es nicht man muss genau rein zoomen in die Art und Weise wie der Staat Israel mit dieser Gruppe umgeht und auch wie die Gruppe das selbst wahrnimmt hier sehen wir ganz unten die Frage der Wahrnehmung wo fühle ich mich gleich und ungleich behandelt und Sie sehen dass in dem Bereich wo es ein gemeinsames Lernen gibt also am Anfang der Universität das Gefühl der Gleichbehandlung überwiegt während es später also wo wirklich akademische Karrieren beginnen würden Master, Promotion, Postdoc und so weiter und so fort das Gefühl der Ungleichbehandlung wieder zunimmt also man kommt auf die Uni fühlt sich erstmal gut man merkt es gibt nur zwei Promotionsstellen und ich kriege die nicht und plötzlich merkt man möglicherweise gibt es hier eben doch keine Gleichbehandlung das wäre glaube ich inzwischen da schaue ich gerne mal ob es da eine neue Umfrage gibt ich glaube das wäre inzwischen eine Umfrage die nochmal deutlicher ausfallen würde hier geht es um die Themen die besonders als besonders wichtig wahrgenommen werden von der arabisch-palästinensischen Minderheit und Sie sehen also die 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 Palästina-Frage also die Frage nach dem palästinensischen Staat oder palästinensische Unabhängigkeit oder wie auch immer ist nicht unter den Top 3 das heißt nicht dass sie vergessen haben dass sie Palästinenser sind aber wenn die darüber nachdenken was sie unmittelbar betrifft als Palästinenser oder als Araber im Staat Israel denken sie erst mal an das Thema Kriminalität und Gewalt ja wir haben gerade gehört 166 Tote dieses Jahr fast tägliche Schießereien im arabischen Sektor also das ist das was den Leuten zuerst einfällt bevor sie darüber nachdenken wo verläuft eines Tages die Grenze zwischen zwei Staaten falls es die überhaupt noch geben kann dann kommt Rassismus also das Thema der Ungleichbehandlung und dann kommt Zugang zu ökonomischen Ressourcen also Wirtschaft und Jobs und dann kommt die Palästinenser also es gibt durchaus eine Wahrnehmung davon dass man sehr konkrete Probleme hat im Staat Israel die mit der historischen Palästinenser-Frage vielleicht erst mal gar nichts zu tun haben rechts sehen wir die Frage sollte eine arabische Partei sich der Regierung anschließen und das war ja noch bis vor einem Jahr der Fall Sie sehen dass das durchaus umstritten ist und dass es da auch innerhalb der arabisch-israelischen Gemeinschaft keinen klaren Konsens gibt weil in der Regierung vertreten zu sein bedeutet ja auch dass man abstimmen muss dass man möglicherweise auch einem nächsten Krieg zustimmen muss oder der Finanzierung der Armee zustimmen muss das heißt dass man eine Regierung legitimiert die möglicherweise Ost-Jerusalem annektiert hat und die besetzten Gebiete kontrolliert also das ist politisch ein durchaus sensibles Thema mit sehr viel Widerstand auf der Seite der jüdisch-israelischen Rechten aber eben auch innerhalb der arabischen Gemeinschaft das scheint mir besonders interessant nämlich die Frage des Selbstverständnisses und hier werden Sie sehen die allerwenigsten haben das für sich ganz ganz klar also nur ungefähr elf Prozent würden für sich sagen meine Identität ist primär über meine Staatsbürgerschaft reguliert also ich habe einen israelischen Pass als Araber als Palästinenserin deswegen bin ich nur Israeli also ich bin nur Israeli und sonst nichts anderes es gibt auch nicht sehr viele auch wenn das ein bisschen mehr sind die von sich sagen würden ich bin in erster Linie nur Araber nur Araberin oder ich bin nur Palästinenserin ich bin nur Palästinenser es gibt auch die Kategorie die von sich sagen würde meine Religion überwiegt und was für einen Pass ich habe ist vielleicht gar nicht so wichtig die meisten und wenn wir es zusammenzählen sind es 50 Prozent würden das irgendwie kombiniert sehen also die würden sagen ich bin Palästinenser in Israel ich bin palästinensischer israelischer Staatsbürger ich bin Araber in Israel ich bin arabischer Staatsbürger von Israel also bei den meisten fällt das in irgendeiner Form zusammen und wird nicht ganz klar getrennt also die wenigsten sagen ich bin nur Palästinenser oder ich bin eben nur Israeli wir haben noch eine halbe Stunde und jetzt kommen die etwas diskursiveren Elemente Sie können wieder kurz Luft holen und wir fangen erstmal an mit den Lösungsansätzen also und erneut das wenigste davon sind Dinge die ich mir ausgedacht habe sondern das meiste sind Modelle die bereits angewandt werden innerhalb der israelischen Zivilgesellschaft ein wichtiges Thema ist ein ganz banales nämlich das Verstehen der jeweils anderen Sprache innerhalb der arabisch-palästinensischen Minderheit im Staat Israel können die meisten mehr oder weniger Hebräisch bei den wenigsten ist es ein muttersprachliches Hebräisch außer die waren auf einer hebräischen Schule oder einer hebräischen Uni aber mit dem Staat muss man auf Hebräisch interagieren die wichtige staatliche Presse ist auf Hebräisch die großen Städte sind mehrheitlich hebräischsprachig also man kommt ums Hebräische gar nicht herum umgekehrt obwohl es eben mal mindestens 20 vielleicht 25 Prozent arabischsprachige Bevölkerung gibt ist es auf der israelisch-jüdischen Seite eben nicht so dass alle Arabisch können sondern das Arabisch geht eher noch zurück was eigentlich in einer mehrheitlich arabischen Region völlig absurd ist auch wenn Sie überlegen dass Israel doch seine Beziehung normalisiert mit Marokko den Emiraten nächste Woche vielleicht Saudi-Arabien können überraschend wenige Israelis tatsächlich ein arabisches Gespräch führen eine arabische Zeitung lesen arabisches Fernsehen schauen das gilt nicht nur für die aschkenazischen Israelis das gilt absurderweise auch für die mizrachischen Israelis deren Großeltern aus Marokko aus dem Irak aus dem Jemen gekommen sind auch da ist das Arabische fast völlig verschütt gegangen es gibt Arabisch Unterricht an israelischen Schulen leider ist der Fokus hier in der unguten Tradition der deutschen Islamwissenschaft auf dem Hocharabischen also auf dem Fusshaar das heißt die Leute können eines Tages mit einem Wörterbuch wie die meisten deutschen Arabischstudenten irgendwann eine arabische Zeitung lesen die Rede des marokkanischen Königs übersetzen aber sie können sich nicht mit ihren Nachbarn unterhalten es gibt NGOs die sich dafür einsetzen das zu ändern also in dem beispielsweise das Gesprochene das palästinensische Arabische stärker aufgewertet wird damit man eben nicht nur eine Zeitung lesen kann mit einem Wörterbuch sondern möglicherweise wenn man sich in Jaffo oder in Lut oder in Ramle oder in Haifa oder in Jerusalem befindet auch Arabisch sprechen kann es gibt beispielsweise Austauschprogramme also die Mehrheit der Arabischlehrerinnen und Lehrer an hebräischen Schulen sind weiterhin jüdische Israelis etwas absurd wenn man daran denkt dass es doch Hunderte von arabischsprachigen Muttersprachen gäbe da gibt es also den Versuch darüber nachzudenken möglicherweise könnte ja der Status der arabischsprachigen Minderheit ein anderer sein wenn wir die jüdisch-israelische Mehrheit anfangen zumindest ein bisschen Arabisch zu sprechen möglicherweise könnte das auch unseren Bezug zu unseren Nachbargesellschaften auf eine andere Grundlage stellen bei Mansour Abbas hat es immerhin ein Jahr funktioniert also ein wichtiger Faktor für die Legitimierung von arabischen oder palästinensischen Forderungen wäre glaube ich die Inklusion von arabischen Parteien in die Regierungskoalition und zwar nicht nur von außen nicht nur durch eine Unterstützung bei besonders kritischen Punkten sondern eben auch eine Vertretung auf Ministerebene mit Zugang auf das Budget auf den öffentlichen Diskurs und auf die Art und Weise wie das Staatshandel ausgerichtet wird drittens der Ausbau von zwischen gesellschaftlichen Beziehungen die israelischen Außenbeziehungen die teilnormalisiert sind also mit Ägypten und Jordanien waren bisher immer Beziehungen auf der höchsten Ebene also Premierminister und das Militär und der Auslandsnachrichtendienst aber es war nie so dass irgendwie ägyptische Touristen in Tel Aviv aufgetaucht wären oder dass israelische Touristen jetzt durch Amman laufen würden das ist mit Marokko und den Emiraten etwas anders auch ich kann mir noch nicht vorstellen dass hebräischsprachige Touristengruppen durch Riad laufen eines Tages andererseits wenn wir uns die Emirate anschauen ist es der sehr bewusste Versuch und das ist auch viel PR und das ist auch der Versuch das besser aussehen zu lassen als es ist aber es gibt zumindest den bewussten Versuch zu sagen das sind Beziehungen nicht nur zwischen Staaten sondern auch zwischen Gesellschaften und in den Vereinigten Arabischen Emiraten finden sie inzwischen israelische Touristengruppen und jetzt bei dem furchtbaren Erdbeben in Marokko ungefähr ich glaube 1000 israelische Touristen in der Zeit Marokko und wer in Marokko ist hört überall Hebräisch also da gibt es eine andere Form der Normalisierung als das vorher mit Ägypten und Jordanien der Fall war insgesamt würde ich behaupten und Sie sehen hier solche Programme des Austausches zwischen Muttersprachen in die eine und die andere Richtung von Givat Chaveva insgesamt würde ich behaupten das ist relativ banal dass die Verbesserung der jüdisch-arabischen Beziehung in Israel deutlich leichter ist als eine Gesamtlösung des israelisch-palästensischen Konfliktes also ich glaube es bräuchte gar nicht so viel um die arabische Sprache auf einen anderen Status zu heben in Israel oder um die Budgets so anzupassen dass die arabischen Regionen besser behandelt werden oder dass die israelische Polizei eine stärkere Präsenz hat in den arabischen Gebieten all das ist mit viel weniger Aufwand zu machen als darüber nachzudenken welche Siedlungen müsste man evakuieren wo verläuft eines Tages eine Grenze wie sehen unsere Beziehungen aus zu Saudi-Arabien das heißt der Aufwand ist viel geringer um einen Effekt zu erzeugen was es bräuchte dafür und auch hier würde ich sagen dass die letzte Regierung zumindest einen Anfang gemacht hat ist schon sowas wie eine Gesamtstrategie also man müsste über Fragen der inneren Sicherheit nachdenken genauso wie mit dem Bildungssektor aber auch eben gegenseitige Anerkennung und bei all den guten Dingen die funktionieren was die Abrahamsabkommen betrifft so wunderbar das ist dass es mit Marokko funktioniert und mit den Emiraten und so Gott will eines Tages auch mit Saudi-Arabien all das ersetzt natürlich nicht irgendeine Form eines politischen Rahmenabkommens zwischen israelischen und Palästinensern zum Teil ist es ja auch eine Strategie von Netanyahu zu sagen wer braucht schon Frieden mit den Palästinensern wenn wir doch eine Normalisierung mit Saudi-Arabien haben also ich glaube beides ist wichtig und das eine kann das andere nicht ersetzen auf den ausdrücklichen Wunsch der Veranstalter möchte ich kurz sprechen über die Frage des Voneinander Lernens bevor wir zu den Fragen kommen ich würde behaupten dass wir über zwei doch sehr unterschiedliche Gesellschaften sprechen mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen und sehr eigenen Konzepten von dem was Mehrheit Minderheit ausmacht und auch Gesellschaften die aus verschiedenen Rechtstraditionen kommen also Israel kommt wie seine Nachbarstaaten sehr stark aus einerseits dem Osmanischen und andererseits dem Kolonialen Erbe die Idee dass religiöse Gruppen umfangreiche Sonderrechte haben im Familienrecht wäre in Deutschland schwierig zu implementieren also zu sagen im Familienrecht gilt für Muslime in Deutschland ab sofort die Scharia das können Sie sich aber vorstellen wie das in der Wirklichkeit aussehen würde oder wie das politisch ankommen würde wir fangen mal an mit der Frage was könnte Deutschland von Israel lernen ich fange an und ich habe auch es nicht gedient und bin natürlich Verlindsverweigerer und so weiter und so fort aber ich fange mal an mit der Kernthese der unpopulären Kernthese der sozialen Integration durch Wehrpflicht die wir ja gerade abgeschafft haben vielleicht bereuen das die einen oder anderen dort wo es funktioniert und Sie sehen hier erneut die drosischen Soldaten und das gilt zum Teil auch für beduinische und christliche Soldaten dort wo es funktioniert mit der sozialen Integration zwischen Mehrheit und Minderheit funktioniert es durch das gemeinsame Dienen in der Armee das heißt die Leute sind im selben Alter sie gehen ähnlichen Aufgaben nach sie werden gemeinsam sozialisiert die sind zwei bis drei Jahre zusammen auf der Militärbasis was die israelische Armee macht in besetzten Gebieten ist nochmal eine andere Frage aber für das Thema der sozialen Integration brauchen sie irgendeine Form der Vergemeinschaftung und in der Armee funktioniert es in Israel ziemlich gut das wäre glaube ich ein Punkt von dem man Deutschland möglicherweise lernen könnte der nächste Punkt der Staat Israel ist glaube ich ehrlicher als Deutschland was die Existenz von Minderheiten betrifft in Deutschland haben wir nationale Minderheiten als gäbe es keine Einwanderung also unsere nationalen Minderheiten sind weiterhin die Dänen die Friesen die Sorben und die Sinti und Roma wer jetzt durch Bremen geht könnte sich fragen gibt es ja nicht noch andere Gruppen das heißt das was in Israel zum Teil zum Teil zum Teil ganz gut funktioniert sprachliche Autonomie religionsrechtliche Autonomie könnte man könnte man von lernen das heißt jetzt nicht dass wir jetzt das religiöse Familienrecht eins zu eins übernehmen wie in Israel das heißt auch nicht dass wir jetzt ein paralleles Schulsystem brauchen hier ist ein deutsches Schulsystem und hier ist ein türkisches und hier ein arabisches aber erstmal ein ehrliches Nachdenken darüber welche nationalen Minderheiten es gibt und wie man mit ihren religiösen und sprachlichen Traditionen tatsächlich umgeht ist glaube ich Israel einfach ehrlicher als wir das Thema der Minderheitensprachen wir haben schon gehört auch in Israel funktioniert nicht alles wunderbar niemand kann richtig Arabisch aber das Arabische ist zumindest präsent während glaube ich das deutsche Schulsystem weiterhin so tut als wären wir umgeben von Europäern und als gäbe es nur Europäer in Deutschland und alle lernen Englisch, Französisch, Spanisch und niemand kann es richtig niemand käme auf die Idee Türkisch zu lernen oder Arabisch ob das jetzt die Herkunft Sprachler betrifft oder die Mehrheitsgesellschaft dass die Sprachen einfach nur auftauchen dass man sagt es wäre eine legitime Option Arabisch zu lernen im Gymnasium wäre glaube ich könnte einiges ändern im Blick auf die arabische Welt letzter Punkt auch das natürlich umstritten die Frage der Repräsentation wir haben in Deutschland keine Minderheitenpartei im Parlament mit der Ausnahme von Schleswig-Holstein wo sozusagen es immer eine dänische Repräsentation gibt unsere unterschiedlichen religiösen nationalen sprachlichen Minderheiten tauchen überall auf in den Parteien und man kann sagen ja das ist doch wunderbar herrlich integriert und so gleichzeitig stellt das natürlich die Frage der Repräsentation ja also wer wer spricht denn eigentlich tatsächlich für die Muslime oder die Deutsch-Türken ist das der türkische Staat ist das DITIB also auch ein Organ des türkischen Staates ist das der Zentralrat der Muslime in dem sich die Extremisten aus drei Lagern sammeln nicht so ganz klar bei der jüdischen Minderheit ist es sehr sehr klar bei unseren anderen ethnischen religiösen Minderheiten ist es nicht so klar und so dysfunktional das sein mag mit ethnischen Parteien zu arbeiten in dem Moment wenn man eine Partei im Bundestag hätte die sagt wir sprechen für die Deutsch-Türken könnte man sagen jetzt haben wir zumindest Klarheit und wir sehen zumindest ob diese Partei unterstützt wird oder eben nicht und wir können sie integrieren und dieser bestimmte Gesellschaftssektor bekommt eben besondere Privilegien oder eben auch nicht also ich würde sagen das wären so ein paar Punkte die mir spontan eingefallen sind das können wir gleich kontrovers diskutieren jetzt wird es noch kontroverser was könnte Israel von Deutschland lernen hier widerspreche ich mir zu 100% und sage eigentlich brauchen wir nicht die Aufgliederung in sprachliche Untergruppen sondern wir brauchen soziale Integration durch ein gemeinsames Schulsystem in Israel gibt es natürlich nochmal verschiedene Schulsysteme es gibt das hebräische System es gibt das arabische System es gibt das hebräische säkulare System es gibt das hebräische religiöse System es gibt das ultraorthodoxe System es gibt die christlichen Privatschulen es gibt die muslimischen Privatschulen aber die soziale Wirklichkeit ist jede Gruppe sitzt so untereinander und die arabischsprachigen und die hebräischsprachigen treffen sich schon mal nicht auf dem Schulhof was in Deutschland manchmal der Fall ist was durch die soziale Segmentation unseres Schulsystems zum Teil unterbrochen wird und auch im deutschen Klassenzimmer würden sich nicht alle als Deutsche bezeichnen die einen deutschen Pass haben sondern würden sagen ich bin Türke ich bin Kurden ich bin Araber ich bin Afghane aber sie sitzen zumindest schon mal im selben Raum und das ist in Israel fast nie der Fall dann Stärkung der staatsbürgerlichen Identität auch hier jede Menge Probleme in Deutschland ja also Zugang zur Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft bedeutet nicht dass man sich als Deutscher fühlt oder als Deutsche gelesen wird oder wahrgenommen oder ernst genommen wird ich würde trotzdem behaupten dass es zumindest einen ernsten Versuch gibt deutsche Staatsbürgerschaft als eine Zugehörigkeit jenseits der ethnischen Herkunft zumindest mal zu probieren das ist in den letzten Jahren in Israel ein Stück weit zurückgegangen das war zu Beginn des Staates Israel in den 15. und 16. etwas besser und das könnte möglicherweise gestärkt werden also die Idee es gibt so eine gemeinsame israelische Identität in der sich sowohl jüdische Israelis als auch palästinensische Israelis irgendwie aufgehoben und repräsentiert fühlen dann habe ich mich gerade stark gemacht für die Sonderrechte für religiöse Gruppen man kann natürlich umgekehrt auch sagen was wir eigentlich brauchen im Staat Israel ist ein säkulares Rechtssystem ja also dass sie aus der Sicht des israelischen Staates erst mal Jude Moslem Christ Druse sind führt natürlich auch zur Spaltung zwischen diesen Gruppen ja angefangen damit dass sie untereinander formal nicht heiraten können also stellen sie sich mal vor es wäre in Deutschland unmöglich dass Christen Juden Christen Muslime untereinander heiraten ja religionsgesetzlich gilt das in Deutschland aber dem Standesamt ist das herzlich egal ist in Israel schwer vorzustellen einfach weil das sehr sehr stabile Privilegien sind vom Oberrabbinat vom muslimischen Rechtssystem von der katholischen Kirche aber die Idee dass man das religiöse Familienrecht in Israel stärkt wie das die jetzige Regierung vorhat führt jedenfalls nicht zu einem verbesserten Zusammenleben der verschiedenen religiösen Gruppen und zum Schluss besonders provokant ich weiß Israel braucht keine Tipps von uns zu bekommen trotzdem würde man sich wünschen dass das was in Israel bisher immer gut funktioniert hat nämlich diese politische Brandmauer gegen den israelischen Rechtsextremismus dass das nach dem Zerfall der jetzigen Regierung möglichst bald geschehen wieder entdeckt werden kann und das gestaltend wie Itamar Benkwir möglichst bald nicht mehr als Innenminister regieren können das wären meine Vorschläge wir haben eine Viertelstunde Zeit ich danke erstmal und Sie können ganz viele Fragen und Kommentare und Kritikpunkte jetzt anbringen applaudieren ein qualifizierbar und das die veröffentlicht ist das in Untertitelung des ZDF, 2020